Was ist das Stichwort Komorbiditäten oder Multimorbidität genannt? Das gilt auch für die Infektion mit Covid. Und deswegen, auch wenn Sie unter mehreren Erkrankungen leiden, kann ein wesentlicher Aspekt, der diese ganzen Krankheiten positiv beeinflusst, nämlich die körperliche Bewegung, Sie in eine bessere Situation geben, wenn Sie in eine Infektionslage hineingeraten. Alle diesen Erkrankungen haben was mit Entzündung zu tun. Und wir wissen ziemlich genau, dass wir, wenn wir uns nicht total stark anstrengen, sondern so trainieren oder so üben, dass uns das Programm nicht erschöpft, dass unser Immunsystem dann um 30 bis 50 Prozent besser werden kann. Lassen Sie uns unser Immunsystem stärken, um den Komorbiditäten Herr zu werden. Auf geht's! Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Reverse Active Home. Heute wieder mit dem elastischen Gummiband. Wir machen das einmal ganz klein. Wir fangen an, ein bisschen zu mobilisieren. Stellen uns Hüftbreit hin, leicht gebeugt in die Hüfte, den Bauch schon ein bisschen anspannen, Bauchnabel reinziehen. Und wir übergeben das Band einmal um die Hüfte. Genau. Und nochmal die andere Richtung. Schön übergeben. Groß bleiben, Bauch angespannt. Okay, als nächstes. Über den Kopf und hinterm Gesicht. Schön über die Seite, die Arme. Bleiben aufrecht. Leicht gebeugt in den Knien. Und dann. Und nochmal andersrum übergeben. Schön lange Arme direkt über den Kopf und hinterm Gesicht. Und das Band übergeben. Gut. Dann die Beine etwas weiter öffnen. Wir gehen etwas nach unten, das heißt den Po nach hinten rausschieben. Und wir übergeben das Band zwischen den Beinen. Wie eine Acht. Möglichst. Gerade rücken. Und andersrum. Die andere Richtung. Das Ganze können wir auch nochmal probieren im Stand. Einmal das Bein hochziehen. Und die Arme dabei immer wieder zurück. Bis auf Schulter. Schön das Knie hochziehen. Und die Arme immer wieder zwischendrin schön hochziehen. Hier versuchen wir den Rücken schön gerade zu lassen. Die nächsten Übungen gehen entweder wieder im Sitzen, das zeigt uns wieder Hannelore, oder sonst im Stand. Wir nehmen einmal das Band einzeln, setzen uns schön gerade hin, beziehungsweise sind in einer aufrechten Standposition, leicht gebeugt in den Knien, Bauch angespannt. Einmal das Band auf Bauchnabelhöhe, die Handflächen zeigen nach oben und im Brustbereich schön gerade bleiben. Hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Und die Oberarme sind fest am Oberkörper. Und die Oberarme sind fest am Oberkörper. Schön aufrecht bleiben. Der Bauch ist angespannt. Und der Daumen zieht nach hinten. Wichtig ist, dass die Oberarme schön fest am Oberkörper bleiben. Wir machen nochmal drei Stück. Gut. Als nächstes, wer mag, kann das Band gerne doppelt nehmen. Wir arbeiten jetzt auf Brusthöhe. In der Standposition wieder leicht gebeugt in den Knien bleiben. Ansonsten Rücken gerade, Bauch anspannen. Auf Brusthöhe einmal auseinanderziehen. Die Handflächen zeigen dieses Mal nach unten. Und wir ziehen das Band so weit auseinander, wie es geht. Und schön auf Schulterhöhe bleiben. Wenn das mit dem Doppelten zu schwierig ist, wieder das Band einzeln nehmen. Schön fest bleiben. Hier nochmal drei Stück. Und einmal kurz locker. Gut. Als nächstes arbeiten wir über den Kopf. Das heißt, einmal die Arme lang über den Kopf strecken. Wieder schön festmachen. Bauchnabel reinziehen. Und wir ziehen über den Kopf auseinander. Entweder doppelt oder einzeln. Das können Sie entscheiden, wie anstrengend das Ganze sein soll. Und auch hier machen wir nochmal drei Stück. Und kurz lockern. Gut. Dann noch einmal das Band nach vorne oben führen. Und jetzt ziehen wir zur Brust und schieben wieder nach vorne oben. Schön aufrecht bleiben. Brustkopf schön öffnen. Bauch angespannt lassen. Und wir ziehen zum Brustbein und strecken wieder schräg nach oben. Versuchen das Band immer etwas unter Spannung zu lassen. Und nochmal drei Stück. Und locker. Einmal noch die Schultern ausschütteln. Gut. Als nächstes einmal das Band hinterm Rücken fassen. Handflächen zeigen nach hinten. Schön aufrichten. Gerade. Und das Band auseinanderziehen. Der kleine Finger möchte nach außen. Wenn es doppelt so schwierig ist, dann gerne wieder eins anfassen. Das Band nicht doppelt lieben. Genau. Und auseinanderziehen. Genau. Und auseinanderziehen. Schön aufrecht bleiben. Und auch hier nochmal drei Stück. Okay. Prima. Gut. Die letzte Übung. Wir stellen uns mit beiden Beinen auf das Band auf. Und fassen einmal über Kreuz. Genau. Wir können das Ganze wieder im Sitzen machen oder im Stand. Die etwas einfache Variante. Man bleibt leicht gebeugt. Schön gerader Rücken. Und zieht mit langen Armen bis auf Schulterhöhe nach vorn. Wer ein bisschen mehr machen möchte, kommt noch mit den Armen nach oben. Und wer das Ganze etwas dynamischer machen will, der kann das mit Kniebeuge machen und in die Strecke. Schön den Bauch festlassen. Schön das Becken. Einmal aufrichten. Und denken Sie daran, immer die Bauchspannung zu halten. Auch hier nochmal drei Stück. Und lösen. Gut. 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 Vielen Dank.